Hallo, hier ist der Christoph von Schnauz58 und ich möchte euch heute mal einen Leuku von Achti vorstellen. Es handelt sich dabei um den 14.5, ein nordisches Messer mit einer Klingenlänge von 145 mm, sondern einer Klingenbreite von 26,5 mm und einer Klingendicke von 3,2 mm. Es ist ein sehr gefährliches Messer, liegt klasse in der Hand, hat am Klingeneingang in den Griff Messing, schwarze Fieber, Messing, schwarze Fieber, einen Birkenholzgriff, am Ende wieder schwarze Fieber und ein Messingabschluss, die Klinge ist hinten vernietet. Es ist ein Rasiermesser, scharfes Messer, ich musste nur den Griff etwas dünner machen, da er nicht in meine kleine Hand gepasst hat. Ich habe das Messer jetzt etwas über ein Jahr und hatte es im harten Gebrauch, was man vielleicht an der Klinge sieht, die wurde schon mehrmals nachgeschliffen, aber es ist immer noch Rasiermesser, scharf. Ein ideales Outdoor-Messer. Es unterliegt leider dem Trageverbot, da es eine 145 mm Klinge hat, aber es ist wirklich ein Kracher. Die Scheide ist aus Leder mit einer Aufhängung, beweglich, vernäht, vernietet und hat ein Sicherheitsinlayer aus Kunststoff. Alles in allem betrachtet ist es ein sehr gutes Buschkraft- und Outdoor-Messer und ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, der Christoph. Tschüss.